Ah, ich denke, wenn ich eins abschließe, dann gibt es noch mehr, okay. Essenz Feature Presentation. Denn diese Zeit wird die Füße gestalten. Statt auf deine Feature, denn die Spaß beginnt jetzt! Hör, nein! Accumulation? Zack, friss das. So, ich brauche... Mh, ein Tannenbaum, Tannenbaum. Man kann jetzt Kombos machen. Nein, jetzt habe ich den Tannenbaum verworfen. Nein! Boah, wie bullig ist das denn? Mehr Tannenbaum, boah, ich wollte sowas von verkacken. Weil das so schwer ist jetzt, das Neue. Boah, ein Kombo! Habe ich ein Kombo rausgehauen, das wäre ja richtig geil, so ich brauche Menschen. Die GEMA kommt gleich und fickt mich weg. Ich muss die ganze Zeit labern, sonst kommt die GEMA und haut mich kaputt. Das hasse ich doch sehr. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht und haut mich nicht wieder kaputt. Wo sind Menschen? Menschen, Menschen, so, halt die Fresse. Mucke. Ich brauche Menschen. Wo gibt es einen Menschen? Ja, den habe ich super verkackt. Na, ich brauche Menschen, Leute. Na, da habe ich doch Menschen. Sehr schön. Ah, ah. Sorry, du musst jetzt arbeiten gehen. Schade, jetzt ist die weg. Denke ich, oder? Ne, ich habe jetzt einen Tannenbaum eingesammelt. Super. Nein, komm, flieg. Wieso will ihr nicht fliegen? Wieso ist sie so doof? So, was brauche ich hier? Ich brauche diese, ähm, Kerzenleuchter, Ständer, was weiß ich. Ähm, ich brauche Menschen. Da habe ich doch Menschen gesehen. Hallo, meine Süße. Hä, wo ist die? Yo, ja, ich habe eh die Mische mega verkackt. Ich würde die eh nicht mit Gold schaffen. Wieso? Wieso ist überhaupt gar keine Mucke mehr da? Das ist ein bisschen blöd. Irgendwie ist das Spiel mega verbuggt. So. Wo ist der Wichser? Wieso bugt das Game? Wieso ist es so verbuggt? Wieso ist dieser Huren so ein... Ich kann durch Wände gehen. Ich kann alles machen. Ist klar. Ist klar. Ich liebe es. Nicht. Fick dich. So. Ich brauche einen Kerzenständer, Leuchter, was weiß ich was. Wo gibt es denn die? Ich habe einen weggeworfen. Toll, komm. Ich sammle die Datensammlung auf dem Weg ein. Ich habe eh verkackt. Ich werde es eh nicht mit Gold schaffen. Ja, super. Wo finde ich denn? Da ist ein Kerzen, Leuchter, Ständer. So, hochjumpen. So, eingesammelt. Jetzt zum nächsten rüber. Und diese Weihnachtsspecial Edition ist eh der größte Schrott. Das ist ein wirklich beeindruckendes Werk. Alles im Namen der Weihnachtsfeier. Erkümmelst Menschen durch Hupen mit deinem Geheimdienst ist der Name der Weihnachtsfeier? Schau dich um dich, Wack. Tren, Menorah, der feste Geheimdienst, ist alles rund uns. Ich erinnere mich gar nicht über die Todes und Dismembermenten. Hey, sei jetzt fair. Es gibt sehr wenig Dismembermenten in meinen Geheimdienst. Nur Konkussion. Nein. Super, habe ich weggeworfen. Ich denke, dass ich dieses Spiel als eine Metapher denke. Die Menschen, Menorah und Tren sind gefeiert. Nein. Fast alle fünf rausgehauen. So, ich muss jetzt alle fünf raushauen. Ist schneller als wenn ich einzeln raushaue. Das war ein Big-Kombo. Wah, komm her. Kerzenständer. Kerzenleuchter. Lauf doch hoch. Dumme Bitch. Du bist so eine dumme Bitch. Friss das. Komm, ich muss jetzt alle raushauen hier. Nee, ich habe die verkackt. Komm, Gold haue ich nicht mehr raus. Habe ich eh verkackt. Komm, jetzt die restlichen so alle rausgehauen. Weg damit. Kein Bock mehr darauf. Oh. Tannenbäume. Tannenbaum, Tannenbaum, Tannenbaum und Tannenbaum. Kombo. Noch ein Kombo rausgehauen. Sehr schön. Oh, scheiße. Die kommen da alle raus. Schade. Alles verkackt. So. Muss ich jetzt warten. So, noch die letzten zwei. So. So, sehr schön. Alle rausgehauen. Jetzt fehlen mir nur noch Menschen. So, ich brauche Menschen. Leute. Hallo. Nein, ich habe sie weggeworfen. Wie doof kann man nur sein. Ja, ich bin doof. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Lebkuchenmenschen da reinwerfen kann. Ja, da. Boah, wie viel Zeit ich hatte. Ich hatte unendlich viel Zeit. Sozusagen. Boah, das war eh das Schlechtes. Nee, Genki. Ich will nacht nicht spezielles Schrott. Ist größter Schrott ever. Boah, und ich habe noch 21 Sekunden. Boah, das ist der größte Schrott ever. Oh mein Gott. Ich habe keinen Bock darauf. Das ist so schlecht. Ich hasse generell hier das Genki-Schrott-Ding. Boah, das ist so schlecht. So schlecht. So. Jetzt wird die Mission weiter gemacht. Boah. Hier eine Sinn-Statue weiter abknallen. Stirb. So, sehr schön. Zehn von 36. Ich muss noch eine Menge abknallen. So, Aufträge. Weiterer Auftrag. Der Höhepunkt. Initialisiere die Virus-Indition. Ich denke, wir alle wissen, dass die Story enden muss. Na klar, muss sie enden. Lade den Virus hoch. Ich weiß, dass du diese Virus-Injektion gemacht hast, aber es ist ein sehr guter Charakter-Developer. Aha. Irgendein Charakter-Developer. Irgendwas da machen. So, jetzt geht's rüber. Oh, dann wieder zwei Kilometer Entfernung. Das hasse ich. Oh, diese Entfernungen. Und man kann sich das gar nicht versüßen. Musik anmachen. GEMA-Probleme bekommen. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, dort ist noch was Schönes. Und die ganzen Datensammlungen habe ich ja eh eingesammelt. Oh, hier ist ein Audio... Audio-Log habe ich gesagt. So sammle ich einen. Ich bin ein Kreatur von Habit, von Strukturen, die nicht gut mit den Saints-M.O. Sie haben ihre Art und Weise zu tun, und manchmal habe ich keine Ahnung, wo sie denken. Oder von ihrer Gefängnis mit diesen verdammten Scheiß-Hamburgern. Aber, wenn es an die Frage geht, werden sie Dinge gemacht. Das ist beeindruckend. Und ich bin nicht einfach beeindruckt. Ah, etwas mit Hamburger habe ich eh nicht zugehört. Ich höre nie den Typen zu. Wir sammeln einfach nur die Audio-Logs ein. Vielleicht habt ihr Bock, euch das anzuhören. Oder euch einfach den Text unten durchzulesen. Weil ich habe keine Zeit mehr, den Text unten durchzulesen, da ich hier auf die Straße schauen muss, sozusagen. Oh, oh, oh. Ne, ne, du hast wieder den Ganky-Schrott. Ich habe keinen Bock auf den Ganky-Schrott. Könnt ihr einfach in die Kommentare reinschreiben, falls ihr den Ganky-Schrott sehen wollt. Ich habe aber keinen Bock darauf. So, jetzt geht es weiter. Hier, Virusinjektion. Welle, eins von drei, Kills 0 von 5. Schade, kein Kill. Wem muss ich töten? Oh, hallo Penner! Kann ich dem Geld zu werfen? Anscheinend nicht schade. Wer knallt mich ab? Welcher Wichser? Welcher Wichser? Welcher Wichser? Welcher Wichser? So, stirbt. Ja, bitte gib mir ein Challenge. Ja, das war es auch. Bulle? Das gibt mir auch Kill. So, Bullen und so muss ich alle abknallen. Oh, stirb. So, Welle 2 von 3. Sehr schön, gleich kommen Feinde. Hier, meine Feinde, desto schneller geht es auch zu Ende. Aber die können mich dann auch kaputt hauen. Aber ich denke, ne, so schnell geht es nicht. So, die Kugel ist schon ausgesaugt. So, Kugel weg. Ja, und? Wo sind die nächsten Feinde? Ja, 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 ja. Geil, die reden sogar. Ich hab gar nicht gedacht, dass die reden können, die Typen. In den Autos, du. Der nächste Typ in seinem Fahrzeug stirbt. Du auch. Bald schon die dritte Welle. Noch ein Kill. Ein Kill, Leute. Du, ein Kill. Sehr schön. Noch 10 Kills. Oh, nee. Ist doch kein Link hier. So. Weitere Typen abknallen. Wieder 10 Kills. Ich hab auch jetzt genug Muni. Das ist sehr schön. Wieso hab ich so nen Dreck ausgewählt? Nein. So, 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 so. Das ist eh das Geilste. Hallo, Kuh? Tschüss. Oh yeah, I like this. Noch ein Kill. Nein, leider kein Feind. Wo sind die Feinde? Da. Letzter Kill. So, abgeschlossen. So, ihr habt kein Recht, mich abzuknallen. Okay, die sind alle verschwunden. Sehr schön. So. Die nächste Mission. Ich höre. Ich störe das System. Am ersten Mal kommt die Datensammlung. Okay, gar nicht mal so weit weg. Nur 300 Meter. Das ist ganz schön. Immer. Ganz schön. Sich anzusehen. Dass es nicht so weit weg ist. Nein, nicht anzusehen. Ist immer schön. So. Stampfvandalismus. Oh mein Gott. Boom. Das ist ja mal cool. Stampfvandalismus. Tschüss. Boom. Alles Explosion. Alles Exploded. Und. Tschüss. So. Yo. Ich verbrenne mich jetzt selber. Ist ja hier richtig gefärbt. Boah. Richtig beliebt. Ich töte mich gleich selber. Bronze schon abgesackt. Geil. Und ich hab eh den geilsten Stampfer. Boah. Kombo 120. 115. Das war ja richtig geil. Also. Bronze hab ich schon mal. Boah. Ist das easy das hier. Bronze. Ne. Generell. Der Stampfervandalismus ist eh voll easy. Weil mit so nem coolen Stampfer. Bam. Schon mal Silber rausgehauen. Aber ich denke es ist extra so gemacht. Dass man nicht dieses. Hochfliegendes aktiviert. Was ich jetzt die ganze Zeit aktiviere. Ist gedacht. Dass ich nicht. Dass man nicht das aktiviert. Aber wenn man das aktiviert. Dann geht es ja richtig easy. Wie man das hier so sehen kann. Tschüss. Boah. Gleich ist ja schon zu Ende. Die Mission. So. Weiter. Oh. Da sind viele Autos. Das mag ich. Zack. Die ganzen Autos. Bye bye. Gleich ist ja eh schon Ende. Ja. Schon Gold. So schnell ging das. So schnell ging das. Vandalismus. Geschafft. Yeah. 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 7.500. Das war bestimmt eine schwierige Aktion. Oder so. 10%iger Bonus. Ich habe immer Boni. Weil ich der Boss bin. Aufs Wold. So. Ähm. So. Na ne. Ich kriege ja gleich eine nächste Mission. Habe ich nochmal. Hallo Penner. Komm. Wie wirft man Geld? Wie wirft man Geld? Ich kann aber anrempeln. Dann kriege ich Geld von ihm. Ich denke jetzt kommen dieses. Ähm. Also ein Raum voller Feinde. Ich denke jetzt kommt dieses. Ähm. Wie heißt diese Fight Club. Aktivität oder so. Weil da ist ja ein Raum voller Feinde. Die ich dann selber besiegen muss. Und dann ist es richtig heavy. Naja. Falls man es kann. Ist es nicht so mega heavy. So. Jetzt geht es da rein. Ach. Noch 700 Meter. Immer diese großen Entfernungen. Wieso haben wir es überhaupt gemacht? Konnte man sich nicht einfach teleportieren. Na ist aber auch gut. Weil. Wow. Was hat das für eine Rampe? Man kann ja jetzt sehr schön Datensammlungen auf dem Weg einsammeln. Aber. Hm. Ist jetzt nicht das Beste. So. Hopp. Jump. Rein. Datensammlung. Dort oben ist noch eine Datensammlung die ich mir einsammeln werde. Ganz schnell. Zack. Runter. Ja. Wie ich es auch mir gedacht habe. Ein Fight Club. Eine Fight Club Aktivität. Oh yeah. Gegen Julius. Der Boss gegen Julius. Und willkommen wieder einmal zu Super Power Fight Club. Oh yeah. Warte mal. Let's go. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung was das macht. Oh. Habe ich schon mal Waffen? Das weiß ich gar nicht. Die mit ihren Snipern. Diese Wichser. Habe ich Waffen? Nein habe ich nicht. I like this. So. Der Wichser kommt runter. Störb. I'm eh der Boss. So. Habe ich etwa Blitzhände. Eingriffe. Tschüss. Wave one. Complete. Okay. Wo sind die Feinde? Was sind weiter? Diese. Wow. Wow. Die kommen. Weg mit euch. Störbt. So. Alle erledigt. Die bei mir waren. Weg mit euch. Bye bye. Komm her. Ja. Ja. Ich werfe Luft in die Luft. Sehr schön. Zack. Weg mit dir. Bitch. Biatch. So. Weiter. Die nächste. Boah. Two hits. Und die sind weg. Sehr schön. Tschüss. Meine Besten. So. Dort rüber. Hier ist noch eine Bitch. Auch kaputt hauen. Zack. In your face. In your face. Bitch. So. Zack. Den Wichser noch weg. Scheiße. Ich habe ganz die Musik vergessen. Vielleicht ist hier ja auch GEMA geschützt. Was weiß ich was. Hier ist irgendwie alles GEMA geschützt. Wieso machen sie überhaupt so ein Spiel, das überall GEMA geschützt ist? Das ist doch Schrott. Man kann damit gar nichts anfangen. Das ist richtig doof. Das ist doof von ihnen gemacht. So. Welle 3 von 4. Gold verteidigen. Oh. Oh. Ich muss verteidigen. So. Verteidige die Stellung. Okay. 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 Au. Au. Nein. Nein. Yo. 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 Weg mit euch. Kann ich die nicht kaputt hauen mit One Hit? Okay. Die haben doch die hauen mit. Boah. Was war das denn? Lol. Herausforderung geschafft. Niederschläge mit Superkraft. Geil. So. Weg mit euch Bitches. Zack. Bam. Zack. Boah. Richtig geil. Richtig geile Takedowns. Richtig geile Takedowns hier am aktivieren. Los jetzt alle fliegen gehen. Bye bye. Was? Ich habe den Raum verloren. Ich habe den Raum verloren. Was heißt eigentlich verteidigen? Zeit oder einfach reinlassen. Die ganzen Niederschläge. Ja komm. Ich denke ich muss die Bälle reinkriegen oder? Wenn ich Bälle reinkriege. Was passiert dann? Gar nichts. Hä? Was ist überhaupt die Aufgabe? Ich denke ich muss die Feinde reinlassen. Oder? Wenn ich dich da drin lasse. Was passiert dann? Dann haben die mich kaputt. Oder im Gegens. Ich weiß gar nicht was ich machen muss. Leute. Ich verstehe es gar nicht. Ja super. So jetzt fühlst du dich dabei. So die bin ich am Leben. Sehr schön. Die mich aber töten. Ne die mussten einfach im Kreis sein. Sehr schön. Könnte ich da sofort weg gehen. Also das Spiel ist richtig doof. Wow Julius Little. Nicht Julius Cäsar. Sondern Julius Little. Wo ist denn der? So verpiss dich bitch. Ich hab ja auch Tricks drauf. Zack in your face. In your face. So exekutieren. Zack. Zack. Gegen den Boden. Bam. Bam. Und in your face. So. Gewonnen. Schade nur Silber. Aber das war auch richtig doof. Boah. Das Spiel ist erstens verpackt. Zweitens richtig Schrott. Irgendwie ist jedes Spiel Schrott verpackt. Was weiß ich was alles. Das ist fackt ab. Können sie nicht ein gutes Produkt auf den Markt bringen. Und nicht so ein Schrott hier. Boah. Das fackt immer ab. Das fackt immer ab. Und dann sagt man Oh ist ja nicht verpackt. Ja ja. Ist nicht verpackt. Ne. Dann sagt man gar nichts. Weil irgendwie die sind immer so heavy verpackt. Ja ich verstehe. Bugs sind immer vorhanden. Aber doch nicht so heavy. Biii. Biii. Wenn die Vise-Kings stoppen zu sein, um zu retten, Sonneville zu retten, dann wusste ich, dass es Zeit aus dem Spiel war. Ich hoffe, dass Benjamin die Stadt unterteilt, aber... ... in der Beste... ... und es war die gleiche blöde. Nur diese Zeit... ... die Begriffe sind die Leute in Saints Row. Ich dachte, dass die Vise-Kings eine kautionäre Geschichte, von dem ich etwas gelernt habe. Dass wenn ich eine neue Street-Gang... ... ich konnte es kontrollieren. Ich habe nicht die gleichen Fehler, der King hat. Ich war so fucking naiv. Ich hoffe, beim nächsten Teil gibt es bessere Grafik. So... Ich bin der epic Spieler. Danke für deine Hilfe. Ich bin sicher, dass ich dich in eine spezielle Danke. Gee, Ben, danke. Yeah. Waffle Element Blitz, lade deine Kugeln und... ... die Luft um dich herum mit Elektrizität auf. Blitze springen von Gegner zu Gegner... ... für zusätzlichen Schaden. Ja, Blitz habe ich ja schon mal bekommen für Tricinese oder so. Muss ich mal ausprobieren. Habe ich immer noch nicht ausprobiert.